Während der Obama-Jahre habe ich über das Gefängnis in Guantanamo Bay berichtet. Am Ende von Obamas Amtszeit, als er mit Donald Trump über die Zukunft dieses Ortes und der Inhaftierten diskutiert, fahre ich nochmals hin. In Guantanamo werden weiterhin Terroristen festgehalten, wie Khalid Sheikh Mohammed, der Drahtzieher der Anschläge vom 11. September. Wo sind wir hier? Wir stehen hier vor Camp 6, wo der größte Teil der Gefangenen untergebracht ist. Die Wärter dahinten bitte nicht filmen. Diesmal will ich über Obamas letzte Schritte berichten, das Gefängnis zu räumen. Im letzten Amtsjahr hat er 52 Gefangene freigelassen. Fast die Hälfte wurde ohne Anklage festgehalten und galt als zu gefährlich, um entlassen zu werden. Militär und Geheimdienste haben diese Auffassung revidiert und sie konnten gehen. Ich will mehr über diese Entscheidungen und das Schicksal der freigelassenen Gefangenen wissen. Das ist das letzte Tor, durch das sie gehen, bevor sie von Guantanamo Bay weggebracht werden. Die Freigelassenen werden mithilfe von Geheimabkommen auf dem ganzen Globus verteilt. Keiner der beteiligten Personen ist bereit, über Details zu sprechen. Doch die meisten Häftlinge werden in arabische Länder gebracht. Die Obama-Administration hat unbemerkt zehn Terrorverdächtige aus Guantanamo Bay in den Oman überführt. Manche werden zur Resozialisierung nach Oman geschickt. Und andere werden mit ihren Familien in Saudi-Arabien zusammengeführt. Jeder Transfer wird vom Verteidigungsministerium geprüft und genehmigt. Chuck Hagel hat in seiner Zeit als Verteidigungsminister mehr als 40 Fälle persönlich abgesegnet. Wie sollten Amerikaner die Gefahr und den Status der ehemaligen Gefangenen einschätzen? Eine Gefahr gibt es immer, denn das Verfahren ist nicht perfekt. Aber jede meiner Genehmigungen gründet auf besten Informationen, Kenntnissen und Bescheinigungen, die zu diesem Zeitpunkt vorlagen. Ich musste bestätigen, dass meiner Meinung nach alles unternommen worden ist, um das Risiko zu minimieren, dass der Häftling, Amerikanern oder unseren Alliierten erneut Schaden zufügen wird. Was heißt das denn konkret? Ich wollte absolut sicher sein. Der Geheimdienst musste mir versichern, dass er die Orte, an die die Entlassenen gebracht werden, persönlich aufgesucht hat, dass feststeht, wer sie überwacht und wie oft das geschieht. Von den aufnehmenden Ländern erwarten wir, dass sie ihnen helfen, in die Gesellschaft zurückzukehren und wieder normale Bürger zu werden. Dazu brauchen sie Bildung und Rehabilitation. Das liegt ganz klar in unserem Interesse und in dem der Häftlinge auch. Von wenigen ehemaligen Häftlingen hat man seit ihrer Freilassung gehört. Jene, die in arabische Länder geschickt wurden, scheinen sich ihren Anwälten zufolge anzupassen. Manche jedoch, die in nicht-arabische Länder überführt wurden, haben Probleme. Einer der letzten, der Guantanamo verlassen hat, ist bereit zu sprechen. Mansur Al-Daifi, Häftling Nummer 441 aus dem Jemen. Er wurde niemals angeklagt, galt in den 14 Haftjahren aber als zu gefährlich für eine Freilassung. 2015 bestimmt eine Prüfungskommission unter Präsident Obama, dass er keine Bedrohung mehr darstellt. Häftlinge aus dem Jemen werden wegen der politischen Instabilität dort nicht in ihre Heimat zurückgeschickt. So gelangt er mit einem anderen Häftling nach Serbien. Mansurs Anwältin in New York zufolge ist er unglücklich in Serbien und will in ein arabisches Land. Hatte er beim Zielland eine Wahl? Nein. Es hieß im Prinzip Guantanamo oder Serbien. Welche Hilfe wurde ihm in Serbien geboten? In Serbien, soweit ich weiss, nichts. Von der US-Regierung auch nichts. Wenn wir sie nach 14 oder 15 Jahren Haft weder nach Hause gehen lassen, noch in ein Land ihrer Wahl, in dem sie glauben, ein neues Leben aufbauen zu können, und sie stattdessen zwingen, an einem anderen Ort zu leben, müssen wir ihnen helfen, sich dort anzupassen, damit es funktioniert. Sie sagt, Mansur sei aus Protest in Hungerstreik getreten. Sie haben auch andere Guantanamo-Häftlinge vertreten. Ist Mansur in Bezug auf Umsiedlung und Reintegration ein Einzelfall? Ich glaube nicht, dass nur er Probleme hat. Vielen, die nach Osteuropa geschickt wurden und mit einer fremden Kultur und fremden Sprache klarkommen müssen, fällt es sehr schwer, sich anzupassen. Alle, die in Länder wie den Oman geschickt wurden, dessen Kultur und Sprache ihnen vertraut ist, und wo es formale Rehabilitationsprogramme für die Anpassung gibt, scheinen ganz gut zurechtzukommen. Um sicherzustellen, dass diese Männer nie mehr eine Bedrohung für die USA darstellen, muss man dafür sorgen, dass sie mit ihrem Leben zufrieden sind. Aber das gelingt nicht, wenn man sie an einen Ort schickt, an dem sie völlig isoliert sind und keinerlei Perspektive haben. Ich will Mansur in Belgrad treffen. Bisher weiß ich, dass er in einem Trainingslager von Al-Qaida in Afghanistan war und mit Anfang 20 gefangen genommen wurde. Ein Großteil seiner Akte ist geheim, aber geleakten Dokumenten zufolge hielt ihn die US-Regierung zunächst für einen Befehlshaber von Al-Qaida. Im Abschlussbericht steht jedoch eine andere Beurteilung. Schlimmstenfalls war er ein zweitrangiger Kämpfer, vielleicht aber sogar nicht einmal ein Mitglied von Al-Qaida. Mansur neigt zum Übertreiben und ändert auch mal seine Ansichten. 2006 stellt er sich als Dschihadisten dar und lobt die Anschläge vom 11. September. 2015 will er eine Ausbildung am College und bezeichnet sich als Fan von Taylor Swift. Einen angeblich muslimischen Terroristen nach Serbien zu schicken, überrascht mich. In den 1990er Jahren ermorden serbische Truppen zehntausende muslimische Männer, Frauen und Kinder. Die NATO bombardiert Belgrad, um das Blutbad zu beenden. Die Ankunft der Freigelassenen im Juli 2016 macht Schlagzeilen. Manche fürchten, sie seien gefährlich, doch der serbische Ministerpräsident bekräftigt das Gegenteil. Der andere Freigelassene möchte sich nicht äußern und auch Mansur hat die Öffentlichkeit bisher gemieden. Seine Anwältin informiert die Behörden, dass er unglücklich und in Hungerstreik getreten ist. Jetzt will er reden und hofft, verlegt zu werden. Die serbische Regierung wird Mansur zwei Jahre hier behalten. Er darf das Land nicht verlassen, erhält finanzielle Unterstützung und ein Apartment. Dort treffen wir ihn. Hey, Mansur. Guten Morgen, wie geht's? Ich fühle mich verloren, hier im Nirgendwo. Bezwanzig war ich in Guantanamo. Mental und in der Art, wie ich denke und rede, bin ich immer noch zwanzig Jahre alt. Aber mein Körper ist schon 36. Wenn man im Gefängnis sitzt, bleiben Geist und Verstand auf demselben Niveau. Das Schlimmste an Guantanamo war, dass ich niemals wusste, warum ich überhaupt da bin. Wie lange würde ich noch bestraft werden? Welches Verbrechen wirft man mir vor? Wenn ich was Falsches getan hätte, hätte ich das verdient, okay, aber was, wenn nicht? Kann man Leute ohne Grund unendlich lange festhalten? Das ist nicht recht. Mansoors Haft wurde möglicherweise verlängert, weil er sich 2006, nach fast fünf Jahren in Guantanamo, dem Prüfungsausschuss gegenüber als Feind der USA bezeichnet hat. Heute bereue ich das. Ich war verrückt und ich war jung. Stellen Sie sich vor, Sie sind völlig abgeschnitten von der Außenwelt, von der Familie, von Anwälten, von jedem. Sie haben uns provoziert und dann allen gesagt, das sind schlechte Menschen. Mansoor hat in Guantanamo Englisch gelernt, von den Wärtern, wie er sagt. Hier wollte er an einer englischsprachigen Universität studieren, wurde jedoch abgelehnt. Den Grund sieht er in seiner Vorgeschichte. Doch laut Uni ist er bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen. Er geht nur selten raus, schon gar nicht während des Hungerstreiks. Mein Gewicht geht schnell zurück. Ich habe mit 70 Kilo angefangen, jetzt wiege ich 62. Fast acht Kilo weniger in 23 Tagen. Für die meisten Guantanamo-Häftlinge war der Hungerstreik eine übliche Form des Protests. Mansoor sagt, er habe das mehrmals gemacht. Einmal habe man ihn zwei Jahre lang zwangsernährt. Jetzt will er die USA mit dieser Taktik zwingen, ihn aus Serbien rauszuholen. Ich will in ein Land, in dem ich ein neues Leben aufbauen kann. Ich will eine Familie gründen, eine Ausbildung am College machen und wie ein normaler Mensch leben. Nicht mehr. Ein ganz einfacher Traum. Was dachten Sie, als es nach Serbien ging? Ich hatte Angst, um ehrlich zu sein, weil es da in den 90er Jahren diesen Konflikt mit Muslimen gab. Und jetzt sollte ich ausgerechnet in dieses Land gehen, von dem ich nichts weiß, dessen Sprache ich nicht spreche. Die totale Katastrophe. Die serbische Regierung meinte, ich könnte nach zwei Jahren gehen. Aber wer nimmt einen Ex-Guantanamo-Häftling auf, nach all dem, was über uns erzählt wird? Jeden Abend schreibt Mansur an seinen Erinnerungen über Guantanamo. Er zeigt mir einen Entwurf. Beim Gehen vereinbaren wir, das Interview hier am nächsten Morgen fortzusetzen. Nach wenigen Minuten wird unser Taxi angehalten. Drei oder vier Polizisten haben uns angehalten. Angeblich eine zufällige Kontrolle. Unsere Producerin Valerie Hopkins ist bei uns. Er will wissen, was ihr macht. Wir sind Reporter. Kommt das jetzt häufiger vor? Hoffe nicht. Ist Ihnen das schon mal passiert? Seit 1995 wurde ich heute das erste Mal von der Polizei angehalten. Das sind aber keine Verkehrspolizisten. Das ist die Geheimpolizei. Die greift nur ein, wenn sie was verdächtig findet. Am nächsten Morgen erhält unser Produzent James Jacoby eine Textnachricht von Mansur. Er schreibt, ich habe ein Problem. Und ich kann sie nicht anrufen. Die Regierung war hier. Das kann ich im Moment sagen. Ich will keine Probleme. Die Situation ist anders jetzt. Bitte kommen Sie nicht. Das wäre ein Problem für mich. Mansur verstummt und für uns beginnt eine unerwartete Reise. Wir fahren zu seinem Apartment und rufen mehrmals an. Wir sprechen mit seiner Anwältin in New York, aber sie weiß auch nicht, wo er ist. Er schrieb, die Regierung sei da, aber wer genau und warum, sagte er nicht. Wir wissen nur, dass er einen Betreuer von der serbischen Regierung hat. Jetzt wenden wir uns an einen serbischen Investigativjournalisten, der von der Regierung Informationen zu Mansur beschaffen will. Das sind Briefe an die Regierung von August, September und November. Ich frage bei verschiedenen Behörden an, die möglicherweise dafür zuständig sind. Aber niemand hat auf Anrufe oder E-Mails reagiert. Was haben Sie über die Transfers herausgefunden? Die Regierung hat keine Massnahmen für Resozialisierung und Traumatherapie organisiert und auch keinen Kontakt zu islamischen Gemeinden in Serbien hergestellt. Aber die Hilfe der Behörden wird dringend benötigt. Der Einzige, dem alle Daten zu diesem Fall vorliegen, ist der Ministerpräsident. Aber der ist von Journalisten nicht gerade begeistert. Ich nehme an einer Pressekonferenz des Ministerpräsidenten Alexander Vucic teil und werde an den Innenminister verwiesen, der für nationale Sicherheit zuständig ist. Guten Tag, haben Sie ein paar Minuten Zeit? Worum geht's? Wir berichten über ehemalige Guantanamo-Häftlinge, die jetzt in anderen Ländern leben. Wir haben einen ehemaligen Häftling interviewt, aber plötzlich wollte er nicht mehr mit uns reden. Könnten Sie uns da vielleicht weiterhelfen? Diese Personen sind jetzt private Bürger, die alle anderen auch. Sie haben das Recht zu reden oder auch nicht. Wir können sie nicht zwingen und auch nicht beeinflussen. Er hat mit niemandem mehr Kontakt. Wir machen uns Sorgen, dass etwas passiert ist. Mir liegen keinerlei Beschwerden vor. Wir stehen mit diesen Personen regelmäßig in Kontakt. Sie scheinen mit der Situation sehr zufrieden zu sein. Tatsächlich machen wir gute Arbeit, denn wir helfen den USA, indem wir diese Personen deradikalisieren, während Guantanamo geschlossen wird. Zwei ganze Tage suchen wir Mansur in Belgrad. Die US-Botschaft kann uns auch nicht helfen. Ist das State Department verantwortlich, dass es den Menschen hier gut geht? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Ich weiß nicht, wer die Hauptverantwortung trägt. Ich gehe in die Altstadt von Belgrad, wo mehr als 1000 Flüchtlinge aus vorwiegend muslimischen Ländern ein notdürftiges Lager errichtet haben. Die serbische Regierung versucht, Unterstützung zu leisten, kommt aber nicht hinterher. Sie sind aus Afghanistan? Ja, Afghanistan. Wie lange sind Sie schon hier? Mehr als zwei Monate. Wie lebt man hier? Dahinter der Haltestelle ist echt kalt. Keine Decke, kein Essen, kein Wasser, keine Dusche, nichts. Viele neue kommen hierher. Viele Kinder, Familien und alleinstehende Männer. Ist nicht leicht. In Afghanistan hieß es, ihr seid keine guten Muslime. Sie wollten mich töten. Hier in Europa sagen sie jetzt, ihr seid Terroristen. Aber warum sollen wir Terroristen sein? Wir haben nichts Böses getan. Wir hauen selbst vor Terroristen ab. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. In dieser Nacht höre ich von Mansur. Er ist da, wo ich ihn am wenigsten vermutet hätte. In unserem Hotel. An dem Morgen, als wir unser Interview fortsetzen wollten, sind mehrere Serben in sein Appartement reingeplatzt und haben ihm verboten, mit uns zu reden. Das waren mehr als drei. Die haben das Appartement durchsucht und mein Handy mitgenommen. Sie meinten, wenn du hier bleiben willst, musst du den Mund halten. Du lügst. Du spielst mit uns. Wenn du nicht hier bleibst, bringen wir dich woanders hin, aber das wird dir nicht gefallen. Angesichts seiner Vergangenheit ist klar, dass ihn die Serben überwachen. Schwer zu sagen, wie schlecht er wirklich behandelt wurde. In Guantanamo soll er übertrieben haben. Ich schwöre bei Gott, ich denke mir nichts aus. Verstehe. Wenn Sie mich so beurteilen, gehe ich. In Guantanamo haben sie uns unter Druck gesetzt. Wir mussten 72 Stunden in einem Raum mit extrem kalter Klimaanlage aushalten oder wurden auf dem Boden gefesselt und mit kaltem Wasser überschüttet. Da sagt man, was die hören wollen, nur damit es aufhört. Am nächsten Tag fragen wir Mansurs Nachbarn, ob ihnen etwas aufgefallen ist. Ich gehe mit Valerie hin, unserer Producerin. Ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe und schon gar nicht, was Freitag war. Niemand hat was gehört. Aber einer denkt, die Geheimpolizei hätte Mansurs Apartment gemietet. Dort zurück fürchtet er, die Serben könnten wiederkommen. Ich habe Angst vor den Leuten. Wenn die sehen, dass sie wieder hier sind, machen die daraus ein Problem. Glauben Sie, dass es wegen Ihrer Freilassung ein Missverständnis gegeben hat? Ihnen werden hier ja bestimmte Einschränkungen auferlegt, die eigentlich nicht... In Guantanamo hat man mir nichts zu Serbien gesagt. Es hieß einfach nur, es wäre gut hier. Ich wollte Guantanamo vergessen, eine Ausbildung anfangen, Englisch lernen, studieren und all das, bla bla bla. Das ist Mist. Ich versuche vernünftig zu sein, höflich und ruhig. Denn wenn ich mich ärgere, werde ich verrückt. Wissen Sie, was das heißt? In Guantanamo lernt man verrückt zu sein, völlig verrückt, ja. Das ist jetzt keine Drohung, aber die drängen mich in eine Ecke. Ich will, dass Serbien und die US-Botschaft und die US-Regierung von meinen Problemen hier erfahren. Aber wen kümmert das schon? Ich bin nur ein Stück Dreck, das irgendwann stirbt. Was soll's? Ich bin nur ein Stück Dreck, das stirbt. Was ist wichtig? Später rufen wir das Büro des Innenministeriums an, um über Mansurs Situation zu berichten. Ich spreche mit der Assistentin. Wir haben einen ehemaligen Häftling interviewt, der sich hier in Serbien schlecht behandelt fühlt. Das widerspricht den Aussagen im Interview und in der Pressekonferenz am Sonntag. Wir möchten dem Minister deshalb die Gelegenheit geben, etwas dazu zu sagen. Was hat er zur Behandlung gesagt? Es hat wohl Begegnungen mit Leuten von der Regierung gegeben, die nicht angenehm verlaufen sind. Rufen Sie in drei, vier Stunden zurück. Okay. Ich hoffe, ich habe dann Informationen dazu. Okay. Nemanja, vielen Dank. Wir versuchen es weiter, doch die Regierung will kein Interview geben und reagiert auch nicht auf Fragen zu Mansur. Mansur hat uns nur wenig von seiner Vergangenheit erzählt. Bevor wir gehen, frage ich nochmal, wie ihn Guantanamo verändert hat. In der ersten Zeile ihres Buches schreiben sie so etwas wie, wenn du im Lager ein Problem hast und es lösen willst, wenn du ein Problem hast, musst du weitere Probleme schaffen, protestieren, Türen eintreten, dich verrückt verhalten. Warum verhalten sich Menschen so? Das ist doch verrückt. Ist es aber nicht. So verhalten sich die Leute wirklich. Dieser Ort veranlasst sie, sich so zu verhalten. Wir wurden wie Tiere in Käfigen gehalten. Ja, wie Tiere, die sich verhalten wie Menschen. So wurden wir da behandelt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was die eigentlich von uns wollen. Wie haben die Amerikaner sie geschnappt? Wir wollten da nicht hin. Ich wurde verkauft, wie die anderen auch. Verkauft. Verkauft. Von Afghanen an die CIA. Und von da zu Afghanistan sage ich nichts. Er sagt nichts mehr, aber seiner Akte zufolge wird er den USA von einem afghanischen Warlord übergeben, der von der CIA ein Gehalt bezieht. Warum wollen sie nicht darüber reden? Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Über meine Vergangenheit schreibe ich ein anderes Buch eines Tages. Das verspreche ich. Sie schreiben, dass sie in Guantanamo niemandem trauen konnten und niemand ihnen getraut hat. Und wenn sie über ihre Situation hier in Serbien sprechen, sagen sie, dass andere sie als Lügner bezeichnen und behaupten, sie würden sich alles nur ausdenken. Zunächst einmal, die US-Regierung vermittelt dieser Regierung oder jeder Regierung ein stereotypisches Bild, dass diese Leute lügner und psychisch krank sind und all das, bla bla bla. Ich war geschockt und überrascht, dass alle dasselbe sagen. Ich fürchte, sie könnten sich hier anstecken. Lügner, Lügner, Lügner. Ich will nicht mehr mit ihnen reden, wenn ich als Lügner gelte. Ende. Wir fahren wieder in die USA und lassen Mansour zurück, wie wir ihn gefunden haben. Verbittert, isoliert und entschlossen, den Hungerstreik fortzusetzen. Seine Anwältin sagt, niemand im State Department sei bereit, sich damit zu beschäftigen. Am 40. Tag seines Hungerstreiks spreche ich mit Botschafter Lee Woloski, dem Sondergesandten zur Schließung von Guantanamo unter Präsident Obama. Er ist dafür verantwortlich, dass Mansour nach Serbien geschickt wurde. Hallo. Woloski stand unter Zeitdruck. Für 20 Häftlinge wollte er in der verbleibenden Amtszeit von Obama unbedingt noch Aufnahmeländer finden. Ich spreche ihn auf Mansours Probleme in Serbien und den Hungerstreik an. Wir haben mit einem ehemaligen Gefangenen gesprochen, der Juli 2016 nach Serbien umgesiedelt wurde. Er scheint in einer verzweifelten Situation zu sein und ist in Hungerstreik getreten, um zu protestieren. Mir ist nichts bekannt von einem Hungerstreik. Davon höre ich das erste Mal. Seine Anwältin sagt, sie habe die US-Regierung darüber informiert. Hungerstreiks sind nicht der richtige Weg, um Missstände zu beheben. Besser wäre, sich dafür einzusetzen, dass die Umsiedlung gelingt. Wir können niemanden zwingen, gute Lebensentscheidungen zu treffen, sondern nur anregen und eine Umgebung schaffen, in der das möglich ist. Das haben wir hier getan. Und die serbische Regierung wohl auch. Trägt die US-Regierung nach der Freilassung und Umsiedlung der Häftlinge noch Verantwortung für sie? Wir entschuldigen uns nicht dafür, Personen rechtmäßig inhaftiert zu haben. Aber wir versuchen, eine Umgebung zu schaffen, in der sie weiterleben können. Die serbische Regierung hat eine Umgebung geschaffen, in der sie die Sprache lernen und Angebote wahrnehmen können. Wir sind zuversichtlich, dass die Umsiedlung so funktionieren kann. Aber die Webseite des State Departments erwähnt Probleme mit fremdenfeindlicher Gewalt in Serbien. In diesem Fall gibt es keine Hinweise, dass das eine Rolle spielt. Keine dieser Umsiedlungen ist einfach. Sie erfordert Einsatz auf Seiten der Person, die in eine völlig fremde Umgebung gebracht wird. Ich will das nicht herunterspielen. Aber manchmal läuft das eigene Leben nicht perfekt und man muss eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen kann. Ich muss jetzt in ein Meeting, um noch mehr Leute aus Guantanamo rauszuholen. Wochen später höre ich, dass Mansur wieder isst, nachdem seine Mutter im Jemen gedroht hat, selbst zu hungern, wenn er nicht damit aufhört. An einem Samstagnachmittag ruft er an. Er hat in seinem Apartment versteckte Kameras entdeckt und reißt sie gerade raus. Eine war in der Ecke da, sehen Sie? Ja, halten Sie mal etwas höher. Da war sie, genau da. Ich zeichne den Videoanruf per iPad auf. Die zweite ist hier. Da ist die dritte, sehen Sie? Ja. Jetzt reicht es aber wirklich, im eigenen Apartment, da, wo ich lebe, mit Kameras überwacht zu werden. Wahrscheinlich tauchen die Leute, die die Kameras angebracht haben, irgendwann auch selbst auf. Ich sitze echt in der Falle. Wenige Minuten später kommen mehrere Männer rein. Mansur dreht die Kamera auf sie und spricht mit mir. Die Polizei ist hier. Und die Regierung und der Geheimdienst. Sie sind maskiert und haben Waffen. Es sind acht, drinnen und draußen. Was passiert da gerade? Weiß ich nicht. Lassen Sie bitte mein Laptop da. Wer befiehlt Ihnen, mein Laptop zu nehmen? Das geht nicht gut aus. Was ist los mit Ihnen? Sagen Sie es mir. Dann kommen noch mehr Männer rein. Können Sie mir sagen, warum ich in meinem Apartment überwacht werde? Bin ich ein Verbrecher? Weiß nicht. Seht Sie das? Nein, ich frage nur. Weiß nicht. Wie? Sie wissen das nicht. Sie haben zwei Optionen. Die nehmen jetzt Ihr Telefon oder Sie kommen ins Krankenhaus, wenn Sie Probleme machen. Sie kennen die Situation. Hören Sie zu. Ich spreche jetzt und Sie sind still. Mein Telefon kriegen Sie nicht. Bitte reden Sie nicht so mit mir. Sie wissen, wer wir sind. Mir egal. Sie haben mich in Ihr Land gebracht. Ist nicht meine Schuld. Sie haben die Wahl. Reden Sie. Reden Sie wie ein Mann mit mir. Ich beruhige mich. Ich habe nichts Falsches getan. Habe Ihnen die Tür geöffnet und kooperiere mit Ihnen. Und jetzt schreien Sie mich an. Ich bin kein Sklave. Sie sind kein Sklave. Wenn Sie mich umbringen wollen. Nur zu. Ist mir egal. Ich war 15 verdammte Jahre in Guantanamo. Habe keine Angst. Wenn ich ein Böser wäre. Ich bin nicht blöd. Ich bin schlau und sehr gefährlich. Aber ich respektiere die serbische Regierung und das serbische Volk. Ich habe versprochen, nichts anzustellen. Das ist das Verfahren. Hören Sie. Sie wollen mich bedrohen. Mansurs Video bricht ab, aber der Ton läuft weiter, während die Männer erklären, warum sie da sind. Wir überprüfen im Auftrag des Staates, ob sie was anderes vorhaben, als ein normales Leben zu führen. Wie soll ich wissen, dass sie keine Bedrohung sind? Ich habe nichts Böses getan. Ich muss mich vor nichts fürchten. Mir geht es nur darum, dass nichts passiert. Es ist nichts passiert und es wird nichts passieren. Ich möchte ein neues Leben anfangen und in ein arabisches Land. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Unter Trump sieht es anders aus als vorher. Ich glaube nicht, dass sie eine Wahl haben. Mansur erzählt mir, dass sie ihm Telefon und Laptop abgenommen haben. Als er beides zurückerhält, sind alle Daten gelöscht. Ich bitte die serbischen Behörden um eine Erklärung, erhalte aber keine Antwort. Kurz vor Amtsantritt von Präsident Trump fahre ich nach Guantanamo. 41 Männer werden noch festgehalten. Fünf sollen an der Planung der Anschläge vom 11. September beteiligt gewesen sein. Ihr Verfahren beginnt hier in den nächsten Jahren. Offenbar wird bereits die Zukunft geplant. Was wird hier gebaut? Untersuchungszimmer für das Medizinische Zentrum für Gefangene. Und wann sind die fertig? Irgendwann dieses Jahr. Der Kommandant des Gefangenenlagers sagt, man sei vorbereitet. Bedeuten die Bauarbeiten, dass die Anlage noch eine Weile in Betrieb bleiben wird? Wir bereiten uns auf jede Entwicklung vor. Mit diesen Räumlichkeiten können wir den Gefangenen eine bessere medizinische Versorgung bieten. Wir müssen auch die alternden Insassen berücksichtigen und 15 Jahre vorausdenken. Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht. Präsident Trump sagt, er will die Einrichtung beibehalten und neue Gefangene herschicken. Sind Sie darauf vorbereitet? Wir planen auf mehreren Ebenen. Zunächst einmal wollen wir vermeiden, dass die neuen mit den alten Gefangenen zusammengelegt werden. Wir müssen uns noch überlegen, wie das am besten gelingt. Das hängt auch von der Zahl der neuen Gefangenen ab. Als ich mich im Lager umsehe, ruft mir ein Gefangener aus dem Freiganghof etwas zu. Ich gehe nach Hause! Sie gehen nach Hause? Wo ist das? Jemen! Jemen! Die Kommunikation zwischen Gefangenen und Journalisten ist eigentlich verboten. Wir dürfen nicht weiter filmen, aber unser Gespräch geht noch ein paar Minuten weiter. Er sagt, er ist Gefangener Nummer 242, hatte vier Haftprüfungen, wird aber ohne Anklage unbegrenzt festgehalten. Er fürchtet, für immer da bleiben zu müssen. Zurzeit werden hier noch 26 Gefangene ohne Anklage unbegrenzt lange festgehalten. Fünf Männer waren wie Mansur zur Entlassung freigegeben, konnten Guantanamo jedoch vor dem Amtsantritt von Donald Trump nicht mehr verlassen. Trump will das Lager wieder füllen, mit vielen bösen Jungs, wie er sagt. Und die umstrittene Praxis des rechtsfreien Raums aus den Zeiten von Präsident Bush fortsetzen. Was nur wenige wissen, beide Bushs sind für die Praktiken von Guantanamo verantwortlich. George W. nach dem 11. September 2001 und sein Vater, Bush Senior, schon in den 1990er Jahren. Alles beginnt bereits nach einem blutigen Staatsstreich im September 1991 auf dem nahegelegenen Haiti. Ich war 14. Mein Vater hat sich versteckt. Wenn sie kamen und wissen wollten, wo er ist, habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe erlebt, wie Menschen lebendig verbrannt und geköpft wurden, nur wegen ihrer politischen Überzeugung. Mein Vater hätte jeden Tag sterben können. Wir mussten fliehen. Marie und ihr Vater gehören zu den mehr als 70.000 Haitianern, die nach dem Putsch aufs Meer fliehen. Sie hoffen auf politisches Asyl in den USA. Es lief Wasser ins Boot, aber wir hatten einen Eimer. Wir hatten nichts zu essen, kein Wasser. Die Leute wurden krank. Es war schlimm. Wir konnten nicht zurück. Die US-Behörden werden mit Asylanträgen überschwemmt. Nach schneller Prüfung lehnen die Behörden die meisten Asylanträge ab. Und schicken die Menschen zurück. Viele wurden von der Küstenwache ohne Asylverfahren direkt nach Haiti zurückgeschickt. Sie hatten keine Chance zu erklären, dass sie vor politischer Verfolgung fliehen. Und es kommen immer mehr. Sie werden an einen nahegelegenen Ort gebracht, wo die Asylgesetze der USA nicht gelten. Amerikanische Soldaten bauen ein Lager am Marinestützpunkt in Guantanamo Bay, Kuba. Das war ein riesiges Lager mit Stacheldrahtzaunen und Wachtürmen. Tagsüber konnten wir nur im Hof rumlaufen. Wir hatten keine Rechte, weil wir nicht in den USA waren. Für uns fühlte sich das an wie im Gefängnis. Wirklich. Wir kamen uns vor wie im Gefängnis. Mehr als 12.000 Personen werden festgehalten. Ihre Asylanträge sind in Bearbeitung. Doch Anwälte dürfen sie nicht sehen, was möglich gewesen wäre, hätten sie es bis in die USA geschafft. Eine Gruppe Jura-Studenten verfolgt das Geschehen und will etwas unternehmen. Sie sprechen mit ihrem Professor Harold Coe. Die Studenten sagten mir, sie wollten die US-Regierung verklagen. Der Fall begann mit einer Anforderung von Anwälten für die Haitianer in Guantanamo, denn die hatten keinen Rechtsbeistand und konnten zurückgeschickt werden, potenziell direkt in den Tod. Es kann doch nicht sein, dass man dort befragt wird, keinen Anwalt heranziehen darf und dann quasi in den Tod zurückgeschickt wird. Die Regierung behauptet, die Haitianer hätten kein Recht auf Anwälte, da Guantanamo außerhalb der US-Rechtsprechung liege. Bob Beckleiter vertrat die Regierung. Er war der Überzeugung, die Haitianer bekämen ein ordnungsgemäßes Verfahren. Ordnungsgemäßes Verfahren hieß, dass die Asylanträge von unabhängiger Seite geprüft wurden. Die Regierung vertrat die Auffassung, dass sie das bekommen haben. Ich denke, das betrifft alle. Im Frühjahr 1992 finden sich beide Seiten zu einer Anhörung am Bundesgericht ein. Der Richter erlaubt dem Team aus Yale einen Besuch in Guantanamo. Wir kamen an den Rand des Lagers und da sah ich all die Haitianer, darunter auch viele Kinder, hinter Stacheldraht. Als sie merkten, dass ich aus dem Auto steige, kamen sie an den Zaun und griffen so fest in den Stacheldraht, dass die Hände anfingen zu bluten. Sie riefen, in dem Moment ging mir nur eins durch den Kopf, ich bin ihr Anwalt und ich muss die hier rausholen. Im Verlauf der Zeit lehnt die Regierung die meisten Asylanträge ab und schickt die Flüchtlinge zurück nach Haiti. Einige erhalten die Erlaubnis, in die USA einzureisen und dort ihren Antrag zu stellen. Doch selbst unter diesen Personen werden einzelne zurückgehalten. Wegen einer Vorschrift sollen mehr als 200 HIV-positive Flüchtlinge und ihre Familien 10 oder 20 Jahre hier festgehalten werden. Oder bis ein Medikament gegen AIDS gefunden ist. Dann erfährt das Team aus Yale von Misshandlungen. Wir haben mehrere Videobänder bekommen. Auf einem sieht man, wie das US-Militär im Lager einen Aufstand unter den Haitianern unterdrückt und sie dazu physisch malträtiert und auf dem Boden rumschleift. Aber das sind doch keine Kriminellen. Das sind Flüchtlinge. Sie haben sie mit Kabelbindern sehr stramm gefesselt. Viele lagen an Händen und Füßen gefesselt am Boden und wurden weggeschleppt. Richter Sterling Johnson Jr. leitet den Prozess. Wie kann man einen Menschen in Haft nehmen und dem Gericht gegenüber die Auffassung vertreten, dass man alles mit ihm machen und das Gericht nichts dagegen unternehmen kann, weil es außerhalb der territorialen Grenzen der USA auf Kuba geschieht. Unsere Verfassung gewährt jedem, der von amerikanischen Behörden in Haft genommen wird, Rechte. Richter Johnson ordnet an, die Haitianer unter Anwendung der US-Gesetze aus Guantanamo zu entlassen. Innerhalb weniger Tage kommen alle verbliebenen Flüchtlinge in die USA. Wir dachten die ganze Zeit, wir wären allein. Aber das waren wir nicht. Es gab Leute, die für uns gekämpft haben. Wir haben gewonnen und die Haitianer kamen auf gerichtliche Anordnung nach New York. Ich habe sie mit meinem Kollegen Michael Ratner am Flughafen La Guardia empfangen und gesagt, das hat das Gesetz möglich gemacht. Die Haitianer sind frei, doch die richterliche Anordnung ist in Gefahr. Die Regierung besteht darauf, dass US-Gesetze in Guantanamo nicht gelten sollen und droht, vor dem Supreme Court Berufung einzulegen, der in einem ähnlichen Fall gegen die Haitianer entschieden hatte. Coe muss einlenken. Die Befreiung der Haitianer hatte einen Preis. Laut richterlicher Anordnung stehen ausländischen Gefangenen in Guantanamo verfassungsmäßig verbürgte Rechte zu. Diese Zeile sollte aus dem Urteil getilgt werden. Coe hat keine Wahl und stimmt zu. Die Entscheidung von Richter Johnson wird damit nicht zu einem Präzedenzfall. Das war in dieser Situation die richtige Entscheidung. Besser, man hat keinen Präzedenzfall, dafür aber die Chance weiterzukämpfen, als dass das Gericht auf höchster Ebene dagegen entscheidet. Dann gibt es gar keinen Ausweg mehr. Guantanamo bleibt rechtliche Grauzone und kann damit als Gefangenenlager außerhalb geltender US-Gesetze genutzt werden. Nach den Anschlägen vom 11. September beruft sich die Bush-Administration auf den Fall der Haitianer, um Terrorverdächtige in Guantanamo festzuhalten. Seit 2004 gewährt der Supreme Court Gefangenen verfassungsmäßigen Schutz wie das Recht auf einen Anwalt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017